Jetzt geht es in die Kriegszone Ich wäre für Fire Station Echt? Immer noch? Ja man Die hat es ja echt angetan Ja man hat es mir richtig angetan Fire Department Bitte Und Kosta hast du Bock? Klar Wen habt ihr gestern noch gemacht? Ja jetzt nicht mehr so lange ne? Gestern noch ein, zwei Runden noch Jetzt Wochenende Junge Wochenende Bist auch wieder angefixt ne? Ja seit dem Update habe ich wieder Bock Ist irgendwie cool ne? Ja Auf diesen Modus hast du ja gar nicht gezockt dieses Wiedereinstieg ne? Da warst du ja schon raus oder? Ja ich glaube ich habe Aschika zweimal oder so mit erscheint Genau ne? Ja Aber es ist ja nichts neues Rebuild gab es ja schon Ja genau Vor 100 Jahren Junge Alles ja cooler wie jetzt hier der normale Gulag Modus sag ich mal Ich finde beides ganz geil Ich finde beides ganz geil Ich liebe Call of Duty einfach bis zu spielen Ich bin ein kleiner Fanboy Ich bin ein kleiner Fanboy Ich bin ein kleiner Fanboy Na Digga Du wirst auch noch Warte ab Kaufen Kaufen Wenn dann kaufe ich mir ein Skin von meinen restlichen Punkten Aber auf jeden Fall nicht den Battle Pass Junge Weil was soll ich damit Da ist nur Scheiße dran Ja diesmal schockt ja nicht so sehr mit den Skins ne? Ach der letzte war auch schon Die Skins die da drin waren Die waren einfach Das waren Standard Skins man Die hat es früher Standard gegeben Aber den habe ich cool gefunden Der eine der da mit dem Gold Ja gut wenn man für 30 Euro nochmal auf Also sich den Pass holt Dann ist das natürlich cool Ja Ist jetzt auch so Die Skins die dann da sind Dass die so animiert sind und so Das ist cool Also würdest du mir empfehlen den Den 30 Euro Battle Pass zu unterholen Also auf jeden Fall mehr als diese komische Komische Waffe da die du dir kaufen willst Echt warum das denn alter Weiß ich nicht Leute chill doch mal ne Runde hier Wie schießt du denn da? Das Team hat es in die Sicherheitszone geschafft Ah geil, Treppenhaus, ah geil. Hier liegt so ne Plattenbox. Wär cool, wenn die irgendeiner mit... Nimm, ich will schon mal eine. Du hast schon eine, Sebastian. Die sagen wir jetzt doppelt... Ich hab schon eine. Dann gucken wir... Mundibox oder geil? Oh, da neben uns. Das kann man immer noch nicht marken. Digga, Alter, chill mal. Trink dir noch ein Level ab. Was ist denn los? Vor uns ist was. Ich geh zum Laudia, das ist mir egal. Hier sind welche drin, ne? Hier ist ein Team drin. Aber das Spiel hängt irgendwie bei mir. Äh, wir haben auch genug für'n Lodi. Lass mal für'n Lodi gehen, komm. Hier, für den Shop. Lass mal hier am Shop treffen. Hier ist doch ein Lodi oder nicht bei mir? Ja. Alter, ich will da aber nicht... Flink doch. Wir können halt auch einfach einen kaufen. Sicher, aber... Hier ist bei mir da sicher. Weiß ich nicht, da kommen grad Leute runter. Also ich hab meinen. Das ist das Wichtigste. Kost, da hinter dir ist einer. Der läuft, der geht für'n Lodi. Ja, da gibt's... Ist noch. Der liegt am Boden. Da ist noch einer, pass auf. Äh, ich seh'n. Hinter euch, hinter euch. Einer ist noch. Jetzt hab ich keine Munition, ey. Ja man, ich brauch auch Money. Ich brauch Money ganz dringend. Ich kann nicht kämpfen. Ich leg hier eine Moneykiste hin. Ist ja gut. Lass mal... Was machen wir? Ja wir haben halt zwei Zonen, ne? Ich würd sagen wir chillen erstmal, bis es wieder eine wird. Und dann gucken wir, dass wir uns irgendwo oben positionieren. Also hier waren da safe noch welche, ne? Ich glaub die snipen auf euch. Genau, Sniper. Ich hab einen knocked. Korrekt. Da oben. Nur wegen Level-Up, Junge. Ey, auf jeden Fall, Junge. Ich bin so im Game drin, ne? Brutal. Wo gehen wir hin? Da sind auf jeden Fall noch welche. Keine Ahnung, ich würd da gerne für irgendein Dach gehen, Alter. Da müssen wir gleich nicht mehr irgendwie auf dem Dach hustlen. Ich werd' angescapt. Ich werd' angescapt. Ich glaub wir gehen für das einfach. Hoch, na. Nein, der hat mich. Noch nicht ganz. Ich werd' wieder angescapt. Weiß ich dir auch die ganze Zeit. Ach du Scheiße. Aber hier oben safe. Ja, hier unten ist einer drin. Ich hab' gesehen wie einer reingelaufen ist. Ach, der hat mich. Scheiße. Halt' dir den Rücken frei. Wiederauferstehung wird beendet. Okay, wir sind genau inzwischen in den Zonen, ne? Verstärkung ist unterwegs. Hey, Kosta, markier mal bitte die Vorratskiste. Die wird mir... Ah doch, jetzt seh' ich sie. Okay, okay, alles gut. Boah, aber da sind viele Leute. Kosta, komm. Lass' mal hier am Shop treffen. Lass' mal da am Shop treffen, Jungs. Obwohl, da sind auch viele Leute auf den Dächern, Junge. Ich weiß nicht. Ich geh' da zur Vorratsstation. Alter, ich weiß' zu, ne? Ich kann hier grad gar nichts machen, Junge. Du verlierst an Boden! Schussverkauf beendet. Preise angepasst. Ihr seid weit von der Sicherheitszone entfernt. Ihr solltet jetzt starten. Ok Jungs, wo seid ihr? In oben, in so einer schrägen. Ah, was für ein Arschloch, echt. Ich muss nach ganz außen laufen. Alle Operator steigen wieder ein. Oh man, Digga. Kosta muss ich wieder kaufen, ich habe keine Kohle. Also noch nicht. Hey, ich bin tot. Ja, deswegen muss man nicht wieder kaufen. Aber es ist doch Jailbreak, hey? Ja, den hast du verpasst. Ach doch, jetzt bist du wieder da. Bist du lost oder was? Ich dachte, das ist ja schon passiert. Boah, der wird überall geschossen. Feindliche Drohne aktiv. Ah, toll. Fucke. Mach langsam, ich muss looten. Mach langsam, ich muss looten. Da oben am Dach. Das ist ja schon. Nee. Ja, ich kann jetzt wieder etwas fallen. hier geben aber wir können ja noch mal für den shop gehen und platten kaufen kauf mir kostet wieder du kannst kostet wieder kaufen ja du hast noch zwei leute ein ganzes team da wir sind hier unten Ach Digger Ah Niein Tortur öööö Und auf der Straße? Könnt ihr mal bei mir aufm Dach gucken? Ich hab irgendwas gehört Ähm ich seh da grad nix Ist auch nich Sich ist versperrt Ich steig aus Doch, hier war einer drin, Alter Hast du ihn geteilt? Ich bin jetzt bei dir oben am Dach Ja, komm her Äh Du erhältst eine Ausrüstung Äh, Logo liegt Hier ist ein loadout runtergekommen Von den Gegnern, zwei Stück Hier für unseres Unser ist es alleine So viele Dächer So viele Häuser Feindliche Drohne über uns Feindliche Drohne aktiv Feindlicher Scharfschütze Da vorne Sebastian Verbündeter Mörderschlag unterwegs Verbündeter Luftschlag unterwegs Wir sind hier auf dem Dach da drüben Ich muss aber aufpassen Ich habe keine Hunde mehr Also nicht mehr viel Oh da unten Da unten am Shop Ich habe einen ge... Oh ich gehe da rein Der Schildbrake der eine Ja ich gehe da rein zu dem Oh Digger Oh Digger Ah Mine Ah scheiß Mine Alter Ich habe zwei Ich gehe jetzt rein Der Feind setzt eine Noradstation Einer muss hier noch irgendwo sein Oder? Der Feind springt über dem Gebiet ab Auf den Himmel Ah scheiß zu nur Oben am Dach Oben am Dach Ich gehe hier in diese Bootshäuser Ja Oh Moni Hier ist einer Hier ist einer Die sind hier Die sind hier Oh 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 Kostar Beleb mich wieder Ja ja Oh 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 Ich habe eine mobile Ich habe eine mobile Oben am Dach Da Ok wir müssen aufpassen Brezi Okay weg Lass sie rein Lass sie rein Komm mit ins Klo Dem Brezi kann man nicht trauen Ja Von wegen guck mal Ich habe Von wegen Alter Hier ist einer Ja Da kommt Da kommt rein Ah, Alter! Ah, Alter! Ey, diese Präzisionsluftschläge, Mann! Warum funktioniert das immer noch nicht? Oh Mann! Links oben auf dem Dach, neben dem Pimmel war einer. Ja, aber... Ich wollte nur, dass du weißt, ja. Okay, hier oben auf dem Dach ist einer bei dir. Ich sehe meine Pings nicht, wie das Spiel... Da vorne wird gekämpft. Ist gut, was ist los? Am Bahn, hier am Dach... Komm ich hier rein? Ja, Mann, ich komm hier rein. Dann landet noch einer hinter dir, Nexo! Ja, 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 ich geh für den. Der hat mich, der hat mich. Ich hab ihn auch. Ach, du bist tot, okay. Scheiße. Ich werd beschossen von oben, von da. Ja, kocht alle her. Oben von den Dächern, Junge. Du bekommst noch eine Chance. Verschwende sie nicht. Hier wäre noch ein Shop. Dich suchen wir mit deinem Shop, Junge. Ja, kannst du wieder kaufen. Ja, klar. Rechts von dir ist auch noch ein Shop. Direkt im Wasser. Da kannst du echt für gehen, Junge. Ja. Ah, okay, scheiß drauf. Digga, wo ist der Shop? Da. Feindliche Drohne aktiv. Ich krieg 10 Euro von dir. Ah. Wo denn? Ich würde mich auch so... Nein. Ich würde mich auch so... Nein. Ich hab dich. Ich hab dich. Äh. Im Shop, Mann. Der belebt sich hier drin wieder. Der belebt sich hier drin wieder. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Ah, da ist noch einer. Keine Ahnung, also wenn du keinen High Ground hast auf der Map hast du verloren. Nein, den gibt's ja nicht. Keine Schrauben. Du bist auf den Dächern, ne? Über dir ist Action, Junge. Über dir ist so eine Action. Wie die da beiden sind? Wie viele sind da? Echt? Wie sich das anhört? 2,3,3? Ja. Richtig Schlägerei, Junge. Richtig Schlägerei, Junge von allen Seiten. Richtig Schlägerei, Junge von allen Seiten. Richtig, Mann, die terroren. Das ist auch nicht. Holländer machen immer nur Spaß, aber Deutsche machen alles kaputt. Alles kaputt. Immer eher als dritt. Immer nur eher und selbst. Was denn? Sag doch mal ruhig, Alter. Was denn? Sag doch mal ruhig, Alter. Ach. Geradeaus durch hinter der Leiter waren auch welche. Box den weg. Oh mein Gott. Die boxen ihn weg. Mach die Ariel und schwimm in deinem Leben. Genau, schwimm. Du verlierst deinen Boden. Nur noch 10 übrig. Ichos. Bottling. Oh mein Gott. Digga, wenn ihr auch die ganze Zeit am Labern seid, ich höre einfach nichts. Ja, sag doch was. Warte wohin. Da hab' ich doch. Feuerdepartment. ach digga man das sind doch so die noobs man über mir können die von hier irgendwo kommen alter hier ist der nehm ich mal mit feindliche drohne aktiv die sind hier bei mir oben drin komm Junge ok die sind hier bei mir aufpassen zwei leute von beiden seiten na aufpassen feindliche drohne aktiv feindliche drohne im einsatzgebiet wer schießt da hier sind noch mehr hier bei mir ich hab einen genockt das war nicht selben von neben cool äh schrutt munition auslieferungen herzig das ist halt direkt bei den noten ich hab auch eine drohne ja ich geh mal für laute ok hab ich ja ich komm ich bin auch gleich da ja feindliche drohne aktiv die drohne sind wieder aufgefüllt rüstet euch aus und wieder in der firestation das ist ein zeichen das ist ein zeichen die drohne im einsatzgebiet Das war's, Mama. Chill. Okay. Man kann halt auch eine Drohne ziehen, wenn ihr wollt. Da vorne. Die Drohne im Einsatzgebiet. Die Drohne über uns. Hey, Mongo, was brauchst du nicht? Was willst du mit dir los? Was ist das, Junge? Machst du mongolische Spackungen oder was? Junge, guck dir mal die Waffe an. Das ist das neue Ding. Das ist das neue Ding, ne? Das neue Ding. Das ist das neue Ding, Junge. Und ja, damit ist nicht zu spaßen. Hab ich halt nix für. Ich bin eher so für Mitte und Nahkampf ausgestattet. Feindliche Drohne aktiv. Feindliche Drohne vor uns. So, wo geht die Party ab? Da drüben geht die Party ab, ne? Da drüben ist richtig Action. Ja. Da geht auch was runter. Die sind da gut am fighten. Habt ihr irgendwie Luftschlag oder so? Nein, ne? Nein, nein. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Die Frage von, wo kann jetzt jemand hier reinkommen? Hier durch die Treppe? Das war's, ne? Feindliche Drohne aktiv. Haben wir ne Mine oder so? Leider nicht. Toll. Was für ne Vorbereitung passt der. Ein schlechter. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Drohne aktiv. Hier kommt ein Lodi. Da ist ne Aubertrag. Da wird auch gekämpft, ja. Wir müssen heute einen weiter in die Saunen, ne? Ja. Wir können uns auch da einmischen. Weiß ich, ob ich mich da sehe. Ich hätte ja Bock, die hier abzufarmen. Die kommen ja gleich. Boah, da unten auf der Straße geht's gut ab. Ja, und wir haben halt High Ground. Wir können die halt hier gleich easy abfarmen. Ich hasse Kontrolle. Jetzt in die Sicherheitszone. Hier ist mein Feind. Bestätig. Der liegt am Boden, der einer. Ich mach meine Drohne an. Der ist down. Der ist down. Der ist down. Ich geh da jetzt rein. In den Innslagerren. Ja, mach. Rechts und hier kommt einer. Da. Hier links vom Gebäude sind auch welche. Ich dachte, ich hatte ne Gasmaske. Ach du Scheiße, war das knapp? Ach, ganz übel. Nein. Nein. Sollen wir in die Sauen? Du bist die DM1. Toll. Ja. 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 Ja, let's go. Müssen wir ja. Hinter uns kann eigentlich nix mehr sein. Hier in dem Haus vielleicht renne vor uns. Die Drohne im Einsatzgebiet. Hier wird auf jeden Fall drin geballert. Ja, ja, ja. Da wo du jetzt drin bist. Team ausgelöscht. Wir waren noch am fighten mit jemand anders. Schieß doch! Warum schießt die Scheißwaffe nicht? Ah. Nur noch 25 übrig. Alle tot, oder was? Alle tot. Nein. Nein, nein, nein. Sebastian ist noch da. Wieso sagt die mir denn meine Platzierung an? Okay. Ich hab das. Gehe. Hahaha Boah, der ist wieder draußen, ne? Ah, der andere! Ah, der andere von oben! Ja, gegen zwei auf einmal mach ich halt nix Das ist halt schwierig Also gut, Soldat. Markiere einen Absprungpunkt für deine Truppe Das Gas nähert sich. Ich schlage einen Auswechsel vor Aber ich komme hier einfach nicht auf die 144 FPS, ne? Na, am Anfang nicht. Im Laufe des Spiels bei mir schon Ah, da gehen welche für den Zug wahrscheinlich Ja Ok, hier ist einer drin Ah, fast Dein Truppenglied wurde als Weißgesuchtshemd gelegt Schütze es zu jedem Preis Schütze es zu jedem Preis Spielzeug Du bist jetzt meistens gesucht, ne? Ich bin doch doch, ich bin Mais gesucht. Schöne Kisten aufmachen, dann gehts schneller. Hast du das Headset mal auf der Playsee probiert? Nein, nein. Aber diese Sonar-Software ist halt schon geistgestört, ne? Aber läuft das dann nur übern PC oder übernimmt der das in diesem kleinen Ding? Ich glaube der übernimmt das in dem kleinen Ding, was ich in den Sonar-Einstellungen mal treffe. Ja, und dann wendet er das halt auf die Playstation an, ne? Aber hier, Dings, Equalizer über Equalizer ist halt nicht gut. Bei dir ist einer? Hier in dem Haus, ja. Shield, Craig? Ist da nur einer? Zwei Stück, glaube ich. Ich kann von der Seite rushen. Noch mal Shield, Craig? Zwei Stück sind da drin. Oben. Ich werfe meine... Ist das markiert? Ja, er weiß es halt einfach. Ach, shit. Kein Plan, wie ich hier hochkomme. Der Feind setzt eine Konterdrohne ein. Feindliche Drohne über uns. Jetzt sind wir noch oben. Ah, die gehen hier bei mir. Das ist im Gulag. Wenn es überlebt, steigt es wieder ein. Ah, draußen! Na, ne. Da kann der andere Leute von hinten. Ich bin im Gulag. Kämpfe für deinen Wiedereinstieg. Im Gulag mache ich die Regeln. Tötet zum Entkommen. Stört. Und ihr bleibt für immer. Gulag, Gulag, Gulag. Gulag, Gulag, Gulag. Du hast den Kampf verloren. Zurück zur Basis. Scheiße. Ah. Ja, ich hab die Farne eingenommen. Was will der machen? Herr Koster, kannst du den Shop markieren? Warte. Dann kann ich wieder reinkaufen. Der nächste wäre hier. Ja. Da ist was auf der Straße. Boah. Ist das weit weg? Ja. Komm, ein Auto. Einfach gepanzerte Karre, Junge. Keine Chance. 14k hast du, Junge. Für dir läuft. Verbündete Ausdruck-Duck-Lieferung unterwegs. Ja gut, da hab ich Bock drauf. Ja. Ja, der ist auch im Shop, ne? Aber da ist einiges am Shop. Koster, hast du noch einen Shop in der Nähe? Ich könnte dir noch... Dir ist noch einer. ...10 anbieten. Dann lass wir den geradeaus durchgehen. Lass zum Loadout gehen. Ja, ich bin schon. Du bist... Digga, wir sind doch in den Dings. Talk to me. I'm T-Pain. Ja, du hast doch gesehen, dass ich da lang geflogen bin. Hä? Ich bin doch direkt neben dir geflogen. Hab ich gesehen. Map geguckt oder so. Ich bin doch auch da. Ich bin doch aktiv. Kaufe mal eine Monkey-Box bitte! Ääh, ei, 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 ei. Gegner bei mir oder schießt eine aufkoste ach digger Die Hunde Der Hunde Der Hunde Der Drecklegen Die Kopfgeldziele wurden markiert. Erledigt sie alle. So, ich will den Bounty gehen. Ähm... Ja, lass mich noch ein bisschen... Bisschen gucken. ...mit den Platten hier. Er hat geschossen. Ja gut, let's go. Runter. Digga, ich geh gerade weg. Da unten am Tor. Ja, vor mir ist einer. Na, ich sehe ihn. Okay, okay, okay. Oma am Dach, oma am Dach. Aua, scheiße. Aua. Aua. Machier Sie ein Feind. Was ist denn das halt ganz hinten? Kannst du aufgeben? ich kann aufgeben die sind hier direkt bei mir ich bin so ein macher kann ich bei dir runter ich gehe hier hin kannst du hier in das gebäude rein irgendwie hinten rum an der straße du kannst halt koster kaufen dass eine mobile bei bei mir ist halt auch direkt das kopf gehen ein plan wurde ist einfach mal ein macher sein ich weiß nicht ob das sonne einfach mal ein bisschen risiko für dein team ich gehe klasse jetzt kaufen Ehh Ehh, fröh, Junge Mach mal hier zum Mühe oder was hin Sie sind hier unten, wenn wir drinnen Ey Gebietsgesichert Ja, lass mal in die Saunen, Alter Gar kein Bock da drauf jetzt Die sind hier direkt neben mir, ne, Jungs Ja, und, Alter Kills machen, Junge, was denn, Jungs, dann war ich los Ja, okay, ich würde einen Win machen Dreiß gewinnt, Junge Na, gut, okay Wo ist Sebastian denn schon wieder da vorne? Ach so Da oben, ne Ja, Leute, Alter Oh, Futschmitter Einmal quer durch die Felder Unterwechst Achtung, ein Teil des Teams ist noch außerhalb der Sicherheitszone Die Felder angehängt von hinten Guck ja weiter nach vorne zu laufen Ja Ist ja jetzt schon alles offen man Da will ich hin Junge Pimmel Ja da muss ich zum Shop gehen einen Sniper kaufen Junge Rechts über uns, rechts über uns Auf der Straße Oh ok Und Granate auch nur direkt Hinter uns auch was Hinter uns sind auch Steps Hinter uns war auch ein ganzes Team Also ich bin oben im Turm Ich bin Rapunzel Das ist die schönste Ich hab's geschafft Unterwegs Unter dir ist direkt ein Shop Kannst du dafür gehen? Ja kann ich machen wenn du mir gay gibst So lass 2,3 ja gut Erstmal gucken Junge Alter gar kein Bock dir jetzt bei dieser Hotze zuzugucken ne Ja alter Wir werden rauchen Ich war grad rauchen Ich werd jetzt hier so abchillen alter Oh man alter Das Gas nährt sich Neue Sicherheitszone Ich sag dir es kommt ein Prezi auf deinen Kopf und du bist so tot Meinst du? Ja 100% Ja ok Aber ein Prezi auf jeden Fall Wie lustig wäre das jetzt wenn ich hier runter fallen würde Ja schon witzig Ja Meinst du kann eine Granate da hin schmeißen? Probier einfach mal Ja fast Oh Und du bist so tot Das Gas kommt näher Da gibt er den Turm schon auf Junge Ja die wären jetzt bestimmt gekommen ne Ja hä? Er wollte da unbedingt hin Er hat uns alle dafür verkauft Hä was lauerst du alter? Ich hab gesagt lass uns in den Turm gehen Ich muss mir einen Sniper kaufen Ich hatte keine Waffen Ich hatte keine Waffen Ja Weil du halt einfach los bist Weil ich dich auch schon wieder reingekauft habe Genau wie Koster Aber ich hab auch einfach mal was riskiere fürs Team Genau Ich hab doch auch riskiert, Junge Hat ja auch funktioniert Ich hab Koster ja wieder geholt Ööööööööööööö Aber du kannst nicht immer nur riskieren mit dem Laccom ich gebe den zehner wenn du die runde holt nur alter dafür stelle ich mich nicht an ende des monats geld bekommen junge erst mal drei bürger fressen alter ekelhafter die kohle vor denen oder eine tasche oder sowas bewegt dich mal an ich könnte kotzen wenn ich so sehe ich lebe alleine ja da vorne ist ein shop probiert kohle zu holen und geht zum shop da ist ein auto das ist ein shop bionge da ist alles ja aber guck mal hier ist eine vase einfach ein pfangenkoch digga ich will hier gleich einen weg snacken dann habe ich 10k und dann hole ich euch beide ich renne jetzt hier nicht die ganze zeit rum wie so ein mongo dann guck mal die chillen auch da die werden die schlecht so überrennen neue sicherheitszone wird markiert ja geh mal besser weg bin schon auf dem weg geradeaus durch am wasser hinterm wasser sind welche zwei stück auf der straße vor dir auf der straße auch der check nix oder hat es gecheckt naja 360 heute damit links von dir hinter der mauer ich habe dich nicht gesehen alter oh oh verschätzt Das Scheitern ist ein weiteres Schuss. Kann nicht sein, dass hier alles weg ist, Alter. Mobile Kaufstation gefunden. Ich kann euch Gasmasken geben. Ich habe zwei Gasmasken auf Tasche. Ich habe noch eine gefunden, ach du Scheiße. Ich lege die mal hier hin. Muss ich einfach irgendwo hinfliegen oder so, Alter? Ist voll öde hier. Ich würde mich noch ein bisschen vorbereiten. Munition und Platten. Ah, neben mir Gegner! Jojo, die kommen runtergeflogen. Die kommen runtergeflogen. Ich komme hinterher. Yes, man. Die sind hinter dem Ding im Prinzip. Keine Platte mehr. Ah, da schießt es auf mich. Shit, da. Ach, wir haben noch Gulag, Alter. Waller gut. Alter, du musst aufpassen, ne? Die Fahne wird super schnell eingenommen. Der ist in der Mitte. Der ist in der Mitte. Jetzt ist der weitergelaufen. Der ist immer noch in der Mitte. Direkt neben der Ecke. Was ist das für ein Aufsatz an der Waffe, Mann. Oh mein Gott, ich hab was verkackt. Der ist in der Mitte. Oh mein Gott. Ähm. Das war's. Wir schicken dich zurück zur Basis. Das war's. sie passen es aber auch schon wieder ganz woanders und er redet einfach nicht ich habe ein loter geholt und minuten gegangen wo sind auch noch runter du kannst mir doch helfen ein bisschen also helfen ein bisschen dann soll ich kaufen noch ein bisschen aber einfach so random los sein dann sag ich lass sofort weiterlaufen dann gehe ich nicht für den lager Digger guckt auf die map okay wenn du wenn du bei mir droppst können wir kosten auch noch kaufen da sind welche auf der straße ja und ich sag nur ich bin gleich besuch ist okay komm runter gib mir deinen kohl jetzt sehen wir alle wieder nur weil ich richtig gelootet habe aber das verstehst du halt nicht 3d 3d besser der drohne ist natürlich jetzt eklig ich glaube hier in dem haus und welche drin also kommt 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 was auf der straße ist noch warte ich komm zu dir ich werde beschossen irgendwo oben vom dach das mörser schlag weg da ja kommt hier hier ist ja komplett auf dem 4d du musst halt move ja hier ist alles offen links von uns da rechts von uns auch egal jetzt rufen oder nicht ich werde schossen von hinten irgendwo ich muss im berg hochlaufen und ich werde von hinten abgeknallert weiß ich nicht das geht noch Machina, find. Die Platten? Auch kaum. Kann mir auch aus dem Glock. Boah, die Zone geht wahrscheinlich Richtung Stadt, ne? Ja, deswegen geh ich hier nach oben, damit ich dann runter fliegen kann. Sehr gute Taktik. Mit System. Und dann mit dem Fallschirm hier irgendwie. Ja, genau, nur da war einer. Das ist unten. Hinter uns. Okay. Und auf dem Dach. Ja, die kämpfen miteinander, ne? Ja. Ja. Lass sie mal kämpfen. Ja, hier ist jemand drin, hier ist jemand drin. Hab ich? Schatz. Alter, das war knapp, ja, ne? Ja. Achtung. Oder? Nino, komm. Da unten sind welche. Drücke vorn! Oh, ich warb in der Luft. Lass mal. Boah, da wird gefightet. Ja, unter uns geht's ab. Lass mal ruhig da, irgendwo hinzugehen. Okay, scheiße, ob da ist die vier. Ne, da kommt die Zone. Oh, da wird gefightet, alter. Uuuuh. Kommt ihr vor! Ja. Ja. Hier drin ist einer, ne? Oh. Ne, war keiner. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Oh, ja. Am Shop, am Shop, am Shop vor uns. Lass da rein, lass da rein. Ja, ja, ich komm. Weniger als 50 Feinde. Hab einen. Oben am Dach. Alter. Nein, von der Seite auch noch, ne? Der heilt sich, der hat self-revive, der hat self-revive. Da ist noch einer, pass auf. Einer, einer hantet dich. Ja, der kommt, der kommt. Da ist noch einer. Ich lass sie kämpfen. Platten. Da ist noch eine Maske. Und der Maske. Alter. Oh, was ist das? Boah. Geil, Junge. Aber wir kommen zurück und beenden. Oh. Oh, Puh. Geil, Junge. Aber wir kommen zurück und beenden. Ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.